so wir sind jetzt hier beim italiener und genießen unseren dritten advent wir haben jetzt hier schon ich glaube den vierten gang müsste das jetzt sein und wir haben jetzt hier zwei verschiedene nudelsorten und dann werden wir sehen was es nachher dann noch gibt und das restaurant extra für uns alleine aufgemacht es ist traumhaft schön wir sind die einzigsten gäste und bekommen heute abend ein sieben gängige menü genau geschätzter wert keine aber auf 100 euro pro person mit sicherheit bis jetzt alles bekommen von hunger über kaviar über garnelen als hauptgang hast du ja auch noch was bestellt das habe ich noch als hauptgang bestellt